Musik Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein kleines Stückchen begleiten. Ja, hallo nochmal. Also, ich bin heute bei meinen Eltern in Mahl losgelaufen. Ziel heute, oder Hauptziel heute, wird sein Vlaßheim. Auf dem Weg dahin, durch die Hart, werden wir gleich an einem Feuerwachtturm vorbeikommen. An diesem Feuerwachtturm war ich noch nie. Die Strecke nach Vlaßheim sind wir als Jugendliche mit dem Fahrrad gefahren. Das wird irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren her sein. Allerdings gehe ich heute eine etwas andere Strecke, eben weil ich auch zu diesem Feuerwachtturm will. Es gibt hier in der H2, den einen kenne ich ganz gut, da war ich auch schon ein paar Mal oben. Und ihr seid gerne eingeladen, mich noch weiter heute zu begleiten. Was ist auch, wenn wir heute auf den Knie verletmen, ist es so, dass es so, dass es sehr gut ist. Witzbund ist ein Knie, der Knie ist so, dass der Knie ist. Musik 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 So, ich würde mal sagen, ist mal wieder Zeit für eine kleine Pause. Musik Also, ich bin doch ein klein wenig überrascht. Ich habe gedacht, ich kenne die Haart. Aber ich bin heute Wege gegangen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Musik Und die haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Musik 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 Aber jetzt gibt es erstmal einen Tee. Musik So, Teewasser ist fertig. Musik 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 Und so wie immer verlassen wir den Platz natürlich mindestens so sauber, wie wir gekommen sind. Und so wie immer. Und so wie immer. Und so wie immer, Ziel Vlaßheim liegt jetzt mittlerweile hinter uns. Bis zum nächsten Mal. Und so wie immer. Und so wie immer.